Surface Mining ist ein etabliertes mechanisches Verfahren zur Materialgewinnung, das gänzlich ohne konventionelles Bohren, Sprengen und Vorbrechen auskommt. Wirtgen Surface Miner sind die großen Brüder der Kaltfräsen und arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Sie zerschneiden und zerkleinern mit einer speziellen Schneidwalze das Gestein und verladen es in einem Arbeitsgang auf Damp. Jedoch sind die Leistungswerte auf die Anforderungen im Tagebau ausgelegt. Schneidbreiten von 2,20 m bis 4,20 m und Schneidtiefen von 20 bis 83 cm bei einer einaxialen Druckfestigkeit von 120 MPa beeindruckend. Spezialmaschinen für den Felsbau schneiden sogar hartes Granitgestein bis 260 MPa. Als einziger Hersteller deckt Wirtgen hier ein Leistungsspektrum von 100 t pro Stunde bis 3000 t pro Stunde ab. Inzwischen hat Wirtgen mehr als 400 Surface Miner verkauft. Die Mehrzahl der Geräte wird eingesetzt in Kalkstein, Gips, Kohle, Salz, Bauxit, Phosphat und in Eisenerz. Besonders in geologisch schwierigen Verhältnissen können Wirtgen Surface Miner durch hochselektive Gewinnung die Produktqualität und die Ausbeutung der Lagerstätte signifikant erhöhen. Gegenüber konventionellen Abbau- und Aufbereitungsmethoden bedeutet das eine signifikante Reduzierung der Gewinnungs- und Prozesskosten. Hohe Qualität der robusten Wirtgen Surface Miner sind die Grundvoraussetzungen für den Einsatz dieser Geräte als Hauptgewinnungsgeräte. Verbunden mit schneller Ersatzteilversorgung und kompetenter Beratung vor Ort bietet Wirtgen damit eine hohe Verfügbarkeit und damit Planung und Sicherheit für unsere Kunden. Gegenüber konventionellen Aufbereitungs- und Gewinnungsbetroten bedeutet das eine bedeutende Reduzierung der Prozesskosten und auch der Kapitalkosten. Eine der Kernkompetenzen der Wirtgen GmbH ist die Schneidtechnologie. Über zwei Dutzend Schneidwalzenauslegungen sind standardmäßig für Surface Mining verfügbar. Weitere Auslegungen werden für den jeweiligen Einsatzfall entwickelt und gebaut. HT 15 ist das weltweit erste Wechselhaltersystem für Surface Miner und macht die Gewinnung von Nutzmineralien und den Abbau von Gestein noch wirtschaftlicher. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen mit Straßenfräsen hat Wirtgen das innovative System speziell für Surface Miner entwickelt. Für den Austausch eines herkömmlich verschweißten Meißelhalters werden in der Regel 60 bis 90 Minuten benötigt. Durch die Entwicklung des Wechselhaltersystems HT 15 konnte diese Zeit auf 6 bis 10 Minuten reduziert werden, was einem Zehntel der durchschnittlichen Wechselzeit des Standardhalters entspricht. Beim HT 15 Wechselhaltersystem ist das Oberteil mit dem Unterteil verschraubt, was den Austausch sehr einfach und schnell gestaltet. Durch die Entwicklung des Wechselhaltersystems HT 15 konnte die Stillstandszeit des Surface Miners deutlich reduziert werden. Dies führt zu einer gestalterten Produktivität und Maschinenverfügbarkeit für unsere Kunden. Die Wirtgen GmbH zeigt sich so als zuverlässiger Mining-Partner. Bauforum 24 TV – Construction in Motion 5 2 7